Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu dem gemeinsamen Podcast, wo wir Spiele spielen und über bewegende Themen reden. Versuch 2. Ich bin Blockbuster-Fan. Und ich bin Coco Locko. Und zusammen sind wir. Weiß ich nicht. Da. Jo, schön. Ja, super. Ich finde, alle Leute werden jetzt gucken, weil wir gut sind. Ich bin dafür, dass du dein behindertes scheiß Hurenteam fertig machst, damit wir nicht nur alles... Ich krieg meinen Chat nicht weg. Ich krieg meinen scheiß Chat nicht weg. Warte, jetzt. Jetzt. Nein. Boah, die Verwendung zum Server wurde abgebrochen. Leute, das Spiel ist einfach scheiße. Deine Mutter ist scheiße. Das ist eine Lüge. Alter, sollen wir nicht was anderes spielen? Nein, wir spielen das hier. Ach, was anderes spielen. Letzter, letzter. CS, alter, CS, alter. Nein, da kann man nicht, kann man gar nicht reden. Kann auch voll gut reden, also. Bist du behindert. Bist du behindert. Machen wir jetzt das hier einmal. So. So. Jetzt, go. Go, join me, go. Holoko. Geist. Join me, woo. Join me, join me. Koko ist auf Rodos. Rodos. Ach, toll. Ciao. Was machst du? Dein Pseudonym habe ich mir angeguckt. Ja. Weniger als du. Chat weg. Ich kriege den Chat nicht weg, das wird wieder nicht funktionieren. Junge, du drückst mit der Maus da drauf oder du drückst auf das Ding oben links auf der Tastatur, das einen Namen hat, den ich aber jedes Mal vergesse. Ach da. Das ist das Dach. Halber Zwinker ist mein Name. Genau. Das Dach, ja. Das hat einen richtigen Namen. Wenn ihr den Namen kennt, das ist eine interaktive Sendung, die wir machen. Wenn ihr den Namen von dieser Taste kennt, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Kritik, Anregungen sind erwünscht. Also Kritik wird gelöscht, aber alles andere ist erwünscht. Anmerkungen, Lob und auch Geschenke könnt ihr uns senden. Da müsst ihr nur unser Postfach erfragen. Das wir noch nicht haben. Spendenkonto wird auch noch nicht eingeladen. Aber bald, bald. Ja. Weil wir erwarten viel. Ja. Was hast, was hast, was sind denn, worauf freust du es ja noch relativ Anfang? So, hm, gut, ja, gut und tschüss. Probieren wir noch mal einen Satz. Es ist ja jetzt Anfang des neuen Jahres, 2015. Worauf freust du dich denn am meisten 2015? Was sind so deine Dauerburner und deine hippen Daumenhochthemen? Hast du schon irgendwas vorbestellt oder geplant? Gehst du in den Urlaub mit deinem Freund oder so? Also, den letzten Satz könnte man falsch verstehen. Arschloch. Äh, nein, diesmal gehe ich nicht mit meinem Freund in den Urlaub. Wann ist das scheiße? Auf jeden Fall, äh, heute, ne, dieses Jahr freue ich mich besonders auf, nicht so viel, äh. Ich habe mir ein neues von Gott vorbestellt, von Fabric, ne? Echt? Ja, letztes Jahr schon. Von allem, was du dir vorbestellen kannst, bestellst du das vor? Du bestellst hier Plankton-Reedout? Ja, weil das besser ist. Nein. Deutlich besser. Ja, du legst einfach keinen Wert auf Entertainment. Doch, ihr legt einen Mega-Wert auf Entertainment. Na, nein. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf Bloodborne. Das wird ein super Spiel. Ja. Hoffe ich. Daumen nach oben. Ja, auf jeden Fall. Das muss immer erwähnen, wenn meine Informationen, die du weitergefasst hast. Weißt du, das muss in der Fontanelle der Hörer ankommen. Da dringt nicht in tiefere Schichten vor. Wenn du nicht dabei einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, glücklicher Smiley oder trauriger Smiley nimmst. Ich töte jetzt Eminem. Ja. Und Ricky O. Ja. Mit Ansage. Ja. Daumen nach oben. Das war mein Plan. Das kann man auch machen. Boah, hab ich Glück gehabt mit der Mine. Schade. Ja. Ähm. Worüber hatten wir es gerade? Bloodborne, Daumen nach oben. Ja. Äh, Uncharted 4 kommt auch raus. Daumen nach oben. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob es kommt, aber ich wünsche mir einen Pewdog-Pie2. Ja! Aber das ist das erste Beendet. Hä? Na. Nein, Alter. Das erste... Ach, der, ja, der, ja. Ja, PewDiePie2, PewDiePie2, ne? Sehr gut vorsehen. Und zockst du halt selber etwa. Ich hab's kurz angefangen, aber so scheiße. Ja. Na, warte. Wenn wir Nitok spielen würden, wäre das spaßig jetzt, ne? Wenn die es ganz spielt, ist einfach so. Wenn man immer gewinnt. Wenn Nitok... ...ein Game für Plebs ist. Ich krieg den da nicht rüber, hat ne... ...ne Scheiße. Das klappt halt schon locker. Locker. Ja. Fragt ihr. Ah, deine Mutter ist locker. Äh. Ah, schlechter Scherz. Daumen nach unten. Schau dich locker vom Hocker. Du Opfer. Ja. Wow, wow, wow. Wow, jetzt eskaliert das hier völlig. Komm mal. Jetzt eskaliert das völlig. Der, dessen Name ich nicht erwähnen will, jetzt. Zum zweiten Mal. Das wäre nämlich scheiße. Warte, warte, warte. Bereit? Hä? Ja. Singst du irgendeinen Dubstep-Song? Nein. Doch. Gar kein Dubstep. Sing irgendeinen Dubstep-Song. Mit Aufbau. Beim Drop kommt die Bombe dann. Nein. Also. Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße. Weil du stirbst auch, Alter. Oder nicht? Ne, wahrscheinlich nicht. Dementspreng ich dich nur ins Wasser, du Bitch. Aber, ja. Dieser eine Freund von mir meinte auch schon, ich sollte meinen neuen Alienware besser vor den anderen verstecken in der WG. Weil der kennt die Situation. Und das ist sehr angetan davon. Was macht der eigentlich? Der sagt der Freund. Äh, der arbeitet. Und das war es? The more you know. Äh, der arbeitet bei Hikes. Was ist das für eine Scheiße? Das ist so eine... Was ist denn scheiße, wenn ich die falsche Definition sage? Was ist denn die Kiste? Nein. Das ist nicht scheiße. Richtiger. Aber das ist der Flammenwerfer, das ist scheiße. Ja, der ist gut. Der macht viel Scheiße. Also, ich meine, macht der Ausbildung da? Oder arbeitet der einfach nur so wenig? Der arbeitet da, deshalb habe ich gesagt, der arbeitet da. Nein, das ist ein richtiger Beruf, den der da macht. Vollzeit. Ja. Ja, und warum? Also, ist das... Also, ist das wirklich nicht, was für die nächsten 40 Jahre redet? Erstmal mit Lebensplanung, oder? Ich meine... Was weiß ich? Also, im Moment, ja. Oh, okay. Warum nicht? Gleich verurteilt das nicht. Das ist mir ungewöhnlich. Ja, keine Ahnung, du machst ja auch im Moment nichts aus deinem Leben, also. Ja, nö, aber ich habe Ambitionen. Ähm, das ist so, ich bin in diesem überdimensionierten Hufeisen hier gefangen. Weißt du, das ist eigentlich ein Zeichen des Glücks, aber irgendwie... Ja, mach doch einfach die weiße Flagge und überspringen. Ne, ich mach deine Mutter. Und weil er dir die Fresse ist und nicht so voller Hufeisen, dass man noch in 20 Jahren vom großen Hufeisen-Massaker reden will. Wow, so much pain. Oh, ich habe es recht gesehen. Gefangen! Okay. Ja, das war das. Ich bin frei. Ich bin frei. Du bist frei. Du wirst gleich sterben. Du auch. Ja, aber du auch. Mist. Ja. Du musst mir argumentativ überlegen. Siehst mal, wo das... Spring nach rechts, spring nach rechts, spring nach rechts. Bitte stirb, bitte stirb, einfach beide. Okay, keine. Der, der Dicke hält. Ah, fuck. Das war ein guter Zu? Ja. Hast du mitbekommen, was in Paris los ist? Ja, Brummer. Und, wie findest du? Was sagst du jetzt so? Äh, ja. Ich könnte jetzt den gleichen Scheißwitz nochmal machen. Nein, das ist die erste Aufnahme. Oh ja, habe ich ganz vergessen. Weil wir am Anfang ja nicht gesagt haben, dass die zweite Aufnahme ist. Nein, nur du. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, okay, sag ihm. Ja, das ist... Kann das nicht nochmal sein? Das ist schön. Ja, ist schön, ne? Ja. Also, wie sich die Leute da vereinen. So, und demonstrieren. Chirade Padieux, ne? Aus dem ja eigentlich nichts mehr geworden ist. Und jetzt macht er nochmal ein bisschen... Aus dem Fett. Ja. Acht von zehn. Daumen nach unten. Daumen nach oben. Oben? Ja. Ja. Daumen. Einfach. Daumen. Steckt fest. Ach, von zehn Daumen. Ah, jetzt nicht mehr. Ne, ganz wichtige Sache. Wir sind ja ein offenes, ein kritisches Magazin. Darum, ähm... Wow, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt klicken wir hinter die Boulevard-Schiene. Und darum sind wir auch transparent und geben zu, wenn wir Fehler machen. Das ist die zweite Aufnahme. Und ein wichtiges Thema ist bei der ersten aber aufgekommen. Wo ich sehr ehrgeizig hinterher bin. Und zwar ist hier ein... Du darfst den, okay. Ich kann den Sex nicht. Das wird so schief gehen. Scheiße. Ja, stimmt. Ähm, wo war ich? Äh, Diskussionen gab es bei der ersten Aufnahme. Die ich nochmal wieder aufleben machen möchte. Aufleben lassen möchte. Weil ich behaupte, dass ich da einfach stark in der Überzahl in dem Recht bin. Wir konnten in den Kommentaren ein Poll machen. Also in so einer Abstimmung, ne. Und euch Fetzen darüber. Wir werden sicher viele Kommentare kriegen. Ähm, auf der einen Seite sind Katy Perry und Sorry, die Chanel. Und auf der anderen Seite ist Cameron Dears. Cameron Dears. Es geht darum, wer schöner, geiler und sexier und besser ist. Du musst dich schon für einen entscheiden. Ja, dann Katy. Ja, ganz klar Katy. Ist doch ganz egal. Die sind beide. Aber allen weit überlegen. Wir müssen die gewinnen. Aber bedenkt dabei. Cameron Dears ist von Natur aus blond. Ja. Für uns. Für uns. Ist das Argument Nummer eins. Hitler war von Natur aus blond. Ja, aber Hitler ist keine Frau. Aber Hitler war dünn. So ein Zwiespalt. Daumen hoch für Hitler. Hand hoch für Hitler. Ja, da habe ich sie nämlich hart gef... Oh Gott. Was heißt Hufeißen auf Englisch? Äh. Das darf man wissen. Wo habe ich ein Nachricht bekommen? Ne, Akkuleitung noch 8%. Äh, oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Was ist denn da? Oh, das ist eine... Randficke. Oh, auf eine Sekunde. Sehr gut. Wenn ich das jetzt lese, wenn ich sie nachschau, dann weißt du das eh wieder sofort. Hufeißen auf Englisch. So einfach. Horstow. Ah, das ist... Horstow. Ne, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ist falsch. Ähm. Einmal X. Oh, ist ja auch egal. Ähm. Was sagst du zu dicke? Ach, egal. Wie ist denn, warum ich dicke... Was sagst du zu dicke? Hufpreißen. Was sagst du zu dicke? Auf Englisch. Halt's mal. Halt's mal. Halt's mal. Ne, nicht Hufschmied. Orschuh. Ja, ist richtig. Quatsch, bitte. So, fuck you. Ähm. Sag mal. Was ist dein, dein Appell an dicke Menschen? Was sagst du zu dicken Menschen? Die Menschen werden immer dicker. Das ist ein globales Problem. Forscher sagen, wenn wir zu fett werden, können sie die Erde abstürzen. Wird so. Ja, also ich, der dünn aus Überzeugung ist, bin, ist, ja, ich sage, esst weniger, arbeitet mehr. Äh, ja, keine Ahnung, ich kann halt essen, weil ich will, und bleib dünn, ne? Bin halt nicht so, mein Körper hasst mich nicht so. Wenn dein Körper dich hassen wird, glaubst du, wer ist fett, oder glaubst du, wer ist was dagegen tun? Äh, ich würde es wahrscheinlich nicht so weit kommen lassen. Oh, fuck. Ich hasse, dass, scheiß Geschwindigkeit zur Einstellung, ne, wenn ich merke, wenn ich merken würde, dass ich fett werde, dann würde ich halt das wieder abbauen und dann versuchen, mein Gewicht zu halten. Ja, aber 120 Kilo ist für dich noch nicht dick. Was ist das denn jetzt für eine Unterstellung, ne? Doch, klar. Ich wicke ja auch nicht 120 Kilo. Das hört man an meiner Stimme, ja, das ist so sanft in den Feldern. Ja, auf jeden Fall. Dicke Menschen haben generell... Was für Stimmen? So wie dieser Schwarze da von D12, der Dicke. Okay. Du bist ja auch Kulturwanausen. Auf jeden Fall. Ich habe in meinem Zimmer ein Kunstbuch liegen, ja? Wow, Kunst ist scheiße. Kunst ist scheiße. Ja, liebe Zuhörer. Merken Sie sich das? Ihr könnt doch mal eine Abstimmung machen. Von Kunst gibt es für uns einen Daumen nach unten. Und zwar Kunst jeglicher Art. Nee. Doch. Nein. Von mir schon. Also ist Spongeboss scheiße. Klar. Okay. Ich verachte Musik. Spiele. Da in den Schlitz, in den Schlitz. Oh, schau. Bild der Kunst. Gemälde. Skulpturen. Der ganze Dreck. Äh. Filme. Ganz schlimm. Ich finde Kunst scheiße. Ja, liebe Zuschauer. Sie merken es schon. Wir haben... Hier, hier tanzt. ...sich lange überlegen, um zu sagen, wir haben Ahnung. So, hier. Junge, dieses Spiel ist so... ...so scheiße. Du bist so unfähig, einfach. Was hast du denn geschafft jetzt? Ja, voll. Was mache ich jetzt mit dem? Er packt dir ein Eis. Keine Ahnung. Er muss hier weg, Alter. Jetzt verpiss dich. Was war das jetzt für ein Zug? Ich will da vorbei. Willst du Fetty wegspringen? Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Vor allem, die gehen jetzt alle drauf gleich, weil... ...die einfach scheiße stehen. Oh, da ist Fetty. Nee, der ist so fett, ne? Fetty ist auch dafür, dass er abgeerschwitten wird. Nein. Nein, don't. Don't. Don't do the pain. Fuck you, hab ich gesagt, Geto. Boah, nee. Fetty ist nicht mehr unter Wasser. Geil. Er drückt den anderen voll. So, jetzt kommt hier was weiter. Marita Schaf? Oh, yeah. Auf jeden Fall. Such mal ein Thema raus. Bin gerade vor einem Konzentriert. Ich springe es gleich ins Wasser wahrscheinlich. Wir könnten... Herzlichen Dank fürs Einschalten. Oh mein Gott. Das ist ja blöd gelaufen. Ja, also wir könnten Would You Rather spielen. Okay. Nein. Das ist geil. Ja, okay. Hast du eine App dafür oder so? Ja. Weil wenn man sich nur persönliche eigene Sachen raussucht, dann wird das ganz schnell so sehr unangenehm zu spielen. Ich hab das nur online gesehen auf so einer Seite, weil das voll cool. Ich meine, ich kann das natürlich schon ewig, aber... Ja, weil... Weil die Tickel bei uns aus der Stufe, die sind immer gespielt. Ja, ist die Tickel. Die Tickel, Alter, die auch ein Philo war. Ja, weiß man nicht. Ich hab's hier mitbekommen, Junge. Ich hab's hier nicht gedatet. Ja, ich. Ich hab die Folge hast, halt. Much... Much... Much hate. So, wo ist denn hier jetzt... Playstore? Fuckin' Clapp. Ist keine Apple. What? You... Du auch nicht. Ja, aber du hast immer Apple gehabt. Either. Would you rather? Ja, ich hab auch either. Jetzt. Ja, ich hab's. Ja, hat eine bessere Bewertung. Oh, guck hier, guck hier. Wow, 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 wow. 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 Did you see that? Voll dem Fisch gehetshottet. Ich hab zu wenig Speicherplatz. Du musst das mal. Aber ich hab nur... 8% Akku. Nicht genügend Speicherplatz verfügbar. Ja, toll. Boah, Junge, wieso... Ich hab doch auf der SD-Karte noch 3 GB hier wohnen, Söhne. Wie groß ist das denn? Ja, was weiß ich. Ja, dann mach das mal online. Mach du das doch online. Ach, komm. Aber halb gut. Fuck meine Würmer nicht ab. Would you rather? So. Ne, nicht den Scheiß fehlen. Den hab ich gesehen übrigens. Gib den Daumen nach Mitte. Ist ganz gut. Kann man sich mal ansehen. Aber einmal reicht auch. Nach kann man den an... An... An Freunde von einem verkaufen. Hahaha. So. Would you rather? Meine englische Betonung ist übrigens fehlerfrei und als Stilmittel anzusehen. Egal, was ich sage und in welcher Form ich es ausspreche. Jegliche Kritik wird zensiert, gebannt und aus den Kommentaren gelöscht. Können wir keine Kommentaren mehr haben. Ist der gute Cockbuster-Fan schuld. Fuck you. Fuck you. Der ist zweit... Nein, der zweite zuerst. Nein. Boom. Dein eigenes hellhole, bitch. Kannst du jetzt mal fragen? Would you rather make out with Gollum or hook up with Beetlejuice from the movie? Ich hab Beetlejuice nie gesehen. Ich auch nicht. Und Herr der Ringe. Ich kenn Gollum, aber... Ja. Es ist süß, aber ich weiß nicht, was dran geht. Nein, das ist Rieser. Nimm Beetlejuice mal, weil der Film gut sein soll und da Renona Ryder mitmachen, die ist cool. So, weiter. Die meisten haben Beetlejuice genommen. Cool. Wollen wir jetzt weitergehen oder? Das ist die einzige Frage, die ich muss machen. Ja, passt schon. Ich fand das sehr spannend. Daumen nach oben. Ja. Junge, jetzt gib mir eine neue Frage, du Hohenso. Nee, sag du das mal bitte. Ich hab mein... Ich hab ein Netzwerkfehler jetzt. Die Seite heißt... Iza... Oder Iza... Punkt I-O. Punkt I-O. Dann nicht mit deinem PC. Du kannst ja nicht spielen. Boah, du... Arschloch. Hier, bravo. Ellie Goulding. Magersucht besiegt. Wieso bist du auf Bravo jetzt? Weil du das noch von vorhin war und... Keine Ahnung. Da hören Sie es, liebe Leser. Mit solchen Menschen muss ich meinen Podcast verbringen. Bravo, Leser. Was sagt denn Dr. Sommerneuys? Weiß ich nicht, aber da du ja derjenige warst, der mir das empfohlen hat... Lächerlich. Haltlos Unterstellung. Ich war bis gerade eben noch in meinem Zen-Garten am Arbeiten. Da hab ich... Da hab ich Fische. Junge, das hier wird auch wieder nicht veröffentlicht. Da merkst du selber, oder? Das wird veröffentlicht. Das ist schon viel besser als gerade. Ist ja auch nicht schwer. Stimmt. Steigern uns. Ich sag dir, in fünf Episoden, wenn wir noch ein paar Stargäste haben... Ein paar richtige Themen, weil irgendwas passiert in der Welt, außer irgendwelche behinderten Vollspasten, die sie gegenseitig abschlachten. Ja, im Moment ist echt nichts los, ey. Ja, doch, aber... Nein. Was soll ich sagen? Obama war nicht da, Alter. Ich bin halt schwer enttäuscht, dass die nicht alle Redakteure bekommen haben. Ansonsten war es eine gelungene Aktion. Na da. Guck mal, wo das Ding gespawnt ist, ne? Das finde ich schon mal scheiße. Nimm deine Ninja-Skills. Alter. Was wäre jetzt das richtige Scheiße? Ja. Stinkt hier? Mauwurfs? Ne, war geile Scheiße. Und ich kenn mich mit Scheiße raus. Apropos. Müsste langsam mal. Ja, erzähl doch. Er muss auf Klo, ne? Aha. Das passiert, wenn man zu viel isst. Und dann lange nicht aufs Klo geht. Hast du schon mal in der Uni gekackt? Nein. Würdest du das hier tun? Nein. Ich brauche mit der S-Bahn drei Minuten bis zur S-Bahn-Station hier und muss dann nur zehn Minuten laufen. Wenn du jetzt mitten in der Vorlesung bist, ne? Du merkst, dass du richtig kacken musst. Was machst du das? Ich hab noch nie erlebt, dass ich von jetzt auf gleich so hart scheißen musste, dass ich da nicht mindestens noch eine Stunde aufhalten konnte. True story. Ich bin mal ist schon lange, lange Jahre her. Ähm, um genau zu sein, ist seit sieben Jahren, meine ich jetzt her. Da bin ich mit einem neugewonnenen Kumpel aus der Schule, den ich noch nicht kannte. Der war das erste Mal an Twisteden mit mir. Fuck! Das wissen alle, wo ich wohne. Okay, scheißegal. Ähm... in Köln waren wir auf jeden Fall, bei mir zu Hause. Und dann... Und dann, äh... hab ich dir meine Hood gezeigt hier. Ist ja sehr grün bei uns in Köln hier. Nium! Oh, wieder Auto vorbeigefahren. Und... hab mir das so gezeigt, mir ist einfach nur rumgelaufen und ich kannte ihn noch nicht. Und der war auch voll gut drauf. Und der hatte keinen Durchfall oder irgendeine Krankheit mit dem Darm oder irgendwas. Alter. Da war einfach mal, der so... Wow, ich muss kacken. Da so... Ja, dann lass eben nach Hause zu mir. Wir haben den Klo. Dann so, nein, Alter, ist dringend. Und wir waren gleich... Ja, waren schon ein Stück rausgelaufen, aber... Keine Ahnung, 10 Minuten oder wat? 8-10 Minuten zu Fuß. Oder wenn wir joggen, auch 5-mal entwegen. Dann wären wir da gewählt. Aber nein. Und dann fragt er mich, hast du Tempos? Und ich so... Alter! Und dann dachte er, ja, danke, rennt weg. Und kommt dann irgendwann wieder, als wäre nichts. Wir laufen einfach ganz normal weiter. Und dann hat er da in den... Ja, nicht... Also... Es war kein Gelände, das jetzt... privat oder irgendwem gehörte, nicht auf dem Grundstück von zu Hause von jemandem, natürlich, oder im Garten, der irgend so abgefuckt ist. Aber es war nicht weit weg von Häusern. Es war relativ Nachbarschaft noch. Und zwar zwar grün, und es war halb Wald, aber nicht mega verdeckt. Und what the fuck? In so einem Feldrand im Endeffekt. Und ich war noch so, what the fuck? Denn so, ja, kennst du das nicht? Man läuft so über die Straße, ganz normal, und ganz plötzlich so, oh fuck, okay, muss gar nicht... Das ist so sein, keine... Das ist aber nicht so typisch. Das ist aber nicht so typisch. Ja, das war die Geschichte. Ah, schöne Geschichte. Gab ich's keine Pointe oder so, aber egal. Trotzdem lustig, was ihr nicht... Ich fand, die Pointe wurde auf einmal nach Tempos gefragt. Ich war schon ziemlich auf den Punkt gebracht, aber... Okay, warte mal. Wo waren wir? Was ist denn jetzt? Ne, mach ich jetzt nicht. Ne, bringt gar nichts. Nein, dazu. Geronimo, der stirbt jetzt. Der rechte fällt runter, der rechte fällt runter, der rechte... Der eine stirbt jetzt. Scheiße, der rechte fällt runter. Yes! Yes! Nein, zwei gestorben von mir. What the fuck? Okay, pass auf. Wir machen jetzt... das Spiel. Also, es ist mit Roti Raza jetzt. Achso, na. Ach, I'm dead! Ja. Ja? Ja. Du machst das. Achso. Ja, dann muss ich auf die Seite gehen. Was darfst du gerade? Junge! Ja, warte mal. Wir sind ein professionelles Fernsehen. Das wird live gestreamt. Ja, Millionen Zuschauer, können Sie so eine Kacke machen? Jetzt laden wir hier. Ah. Okay, would you water? Yes, make out with gold. Ja, okay. Eat a container of butter. Ja. Drink a bottle of maple syrup. Syrup. Oder fuck you. Syrup. Ja, Syrup. Oh man, das ist... Container... Container... Ich hab bei Container an... Container gedacht, und mir das den ersten Wind verstören, aber Container meinen, ist einfach so ne... ist einfach so ne Packung, denk ich mal, ne? Wahrscheinlich. Also maple syrup mag ich vom Geschmack her gar nicht. Ich auch nicht, aber... bin ich richtig ekelhaft. Besser ist Butter. Man sollte meint, es geht besser runter, aber Butter hat einfach so kaum nen Geschmack. Und ich hab das bei Yoko und Klaas zwar gesehen, dass es gar nicht so einfach ist. Und die da hart verzweifelt sind, also ein paar Stückchen. In einem halben Paket, meine ich, ist Yoko oder Klaas... Ja Klaas war's. In einem halben Paket ist der kaputt gegangen. Oh. Insofern wäre ein ganzes schon richtig... richtig hart. Aber ich finde das hier richtig ekelhaft und Butter nicht. Darum Daumen nach oben für Butter. Und du? Maple syrup, Syrup. Warum? Keine Ahnung, weil 80% anscheinend auch Syrup. Boah, du kannst nicht erst gucken, wie viel... Du bist so... Ich hab da nachgeklickt, du Mongo. Ja, gut. Ja, fuck you. Alter. Äh. Alter, da steht doch Next, Alter. Bist du blind oder so? Ja, ich hatte ein Netzwerkfehler, Junge. Das hat nicht gelassen. Das ist auch die Oma. Er ist nicht mehr. Ich frag so. Be a mall cop, be a prison guard. Be a mall cop. Ah. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hier ist Kevin James so. Das ist so eine Frage. Hä? Natürlich mall cop. Obviamente mall cop. Okay. What the fuck. Wenn du eine kranker Sadist bist, eine richtige Herausforderung willst, und so einen Nigger magst, darin ist dieser Podcast offiziell unpolitisch, aber Daumen nach unten für Nigger. Schade. Äh. Dann, dann gehst du vielleicht in die Prison, aber sonst ist doch voll klar, dass du den ganzen Tag Donuts isst, und fett wirst, und scheiße wirst, und wegen welchen kleinen Kriminellen abziehst. Ja. Weiter. Ich hab keine Ahnung, oder was du hast so laut, oder so, okay. Ich hab gesagt mall cop, du auch? Ja, fuck you. Okay, ja, ja, keine Ahnung, ist mir scheißegal eigentlich. What? Hängt davon ab, was du für eine Position im Knast hast. Ja, du bist Prison Guard. Ja, kannst du einer von den Großen sein, und einer von den Billows, die die Scheiße von den Wichsern dann wegmachen ist. Ja, bist guard, du machst nicht, der guard machst nicht die Scheiße weg, ist der Caretaker, Prison Caretaker. Okay, ja, mall cop. Okay. We lost in the woods at night, stuck in a haunted house at night. Das hast du für Fragen. Keine Ahnung, das Haus. Ganz klar das Haus, nein, ich mein, ja, also in dem, wenn haunted jetzt übernatürlicher, ich mein, für mich wäre beides hart unheimlich. Aber bei den Woods hätte ich Angst vor Spinnen allenfalls, und da wird die Fantasie nicht so angeregt, und da hast du noch relativ, relativ übersichtlich. Aber wenn es wirklich haunted ist, und da wirklich eine übernatürliche Scheiße abgeht, dann würde ich auf keinen Fall in dem Scheiß haunted house. Das war nicht so gut, wie ich dachte. Ich nehme den Wald. Und du? Ich hätte es Haus genommen. Warum? Weil Häuser gemütlicher sind. Ja, aber es ist haunted, es ist nicht gemütlicher. Ja, weißt du nicht womit? Ja, Lara Croft rumhauntet dann täglich. Wieso sollte da Lara Croft rumhaunten? Jetzt, never be able to feel emotions, never be able to express emotions. Oh. Der zweite habe ich schon. Ich nehme das übel, das ich schon kenne. Ja, ich habe dein erstes schon. Ich bin tot. Das war erst mal, was du nachdenken. Also, wenn du sie nicht expressen kannst, dann kannst du sie immer noch mit Worten, ja, obwohl, das ist eine Form von Expressen, wenn man die erklärt, ne? Irgendwie schon, ja. Das ist die Frage, ja. Ja, ich denke, ich bin da wieder lieber introvertiert und bin da lieber so ein Architekt. Ja, aber wenn du keine fühlen kannst. Nein, darum meine ich ja. Ich würde lieber auch nehmen, dass ich die nicht expressen kann, weil ich kriege dann immer noch alles mit an Emotions und so und habe meine Ups und Downs und dann kann es mir besser gehen und so. Und die anderen müssen das ja nicht wissen. Ist aber beide scheiße. Ich meine, das ist in dem Spiel zu weil es scheiße ist, aber weiter. Warte. Spring die Miene, spring die Miene, oh, 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 spring die Miene. Ah, das war scheiße. Naja, egal. Ähm, warte, ich wäre dann auch für Express. Das würden 59 sagen, die anderen 41 sind einfach dumm. So. The better looking in person, the better looking in photos. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Also, wenn man dumme Kommentare sieht, na, warte mal, who gives the fuck about photos? Richtig. Na, mal gucken. 5% sind für die Fotos. Ja. Never, never feed a troll. Okay. Wow, das war ein tough one. Das war so klar, dass das wieder passiert. Der ist so behindert einfach nur. Dieses behinderte Schallspiel. Weißer, weiter, weiter. Live in ancient Greece, live in ancient Rome. Ja, Alter. Geilste Stadt überhaupt. Später war Rome echt smoking hot. Also, Rom. Ja, ich hab keine Ahnung von Geschichte oder irgendwas. Gut. Also, gar nicht, wirklich. Ich weiß nur, dass Rom später von Nero abgewandt wurde und daraufhin das Programm zum CD-Brennen sich auch Nero genannt hat. Meinst du eigentlich dein Zufo? Ich hab nur so einen groben Eindruck. Ich sag einfach mal Rom jetzt. 46% sagen nur so. Die anderen 54% sind dumm. Das kann ich die Oma gar nicht einsetzen. Was ne Scheiße. Doch, nach links springt. Ja, klar. Ja. Nein. Doch, wenn man nochmal A-Druck springt die. Ach, halt doch die Schnauze. What the fuck? What the fuck? Nein. Weiter. Play Slender, Play Nisha. What the shit's, Blender. Ist mir auch scheißegal. Slender ist kürzer. Nisha ist tausendmal besser, aber ich kann kein Horrorspieler haben überhaupt nicht. Darum Slender, weil ich da nicht so Gußbaumfunk krieg, ich nicht so Angst von krieg, von Nisha schon. Hm. Hm. Das war nur 50 in der zweiten Flasche. Ich nehme es! Ich mag meine Haare Ich mag meine Haare auch Das ist das, was mein Gesicht so hübsch macht Ja, auf jeden Fall Schon halt bald, ja keine Ahnung, hat schon irgendwo Sinn Stay in school for the next 30 years, leave school after second grade Ready for action? Ja, das ist so eine ungenau gestellte Frage Wenn man schlau ist 10 Munzen, ey, ich bin hier der Munzgott Ich glaub, ich würd lieber 30 Jahre in der Schule pippen Ja 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 Ich falle ihn nach links Du bist erst nach rechts gefallen, da hab ich auswesend den Fehler gelegt Aber ist egal Äh, oh ne, ich bin gleich tot, na egal Äh, ne, ich würd bleiben, äh, ich würd verlassen meint Ich warst der zweiten, der second grade Ja Du bist ja richtig dumm Ja, ist mir auch egal, bin ich ja jetzt nicht Ja So Have a giant birthmark covering 78% of your face Have a two foot tail Äh, lol 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 Ja, ähm Ich meine, Gorbatschaf hat da auch nichts ausgemacht, kann ich damit auch loan Ich hab ja schon een two foot tail bought choose stirbt sowieso ne? Also, wenn ich jetzt was dummes macht, wäre zu mich scheiße. Ich würde ihn teilnehmen. Nein, das ist die Oma-Lauf. Was würdest du jetzt nehmen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, du wirst erst mal einstern, ne? Ja, wahrscheinlich will ich auch den Schwanz nehmen, weil 78% ist schon eine Menge. Verlängerte Wirbelsäule halt einfach. Von früher, von Affen und stuff. Ja, danke. Irgendwann hatte ich auch immer Bio. Ja, dann musst du das so wissen, dann kannst du dir vorstellen, wie das aussieht so ungefähr. Ich meinte, wie mein Birthmark dann aussieht. Ja, hässlich. Ja, 78% schon viel. Live in Sao Paulo, live in New York. Ja, New York. Ich bin nicht sterben sofort. Bin ich schwarz? New York. 79% sagen New York. 79% der Menschen sind weiß. Da, da, da. Weiter geht's. Ganz like Michael Jax. Ich hab's gepostet, dass schwarze Menschen machen nur 13% der Bevölkerung in Amerika aus. Aber wenn die alle weg wären, dann würde die Kriminalität rate so richtig krank runtergehen. Und die Anteile an Vergewaltigung krank runtergehen. Und Teenen, Pregnant sind, alles wird runtergehen. Und Amerika wäre ein viel besseres Land. Und darunter dann so, fuck hat keiner gesehen. Darunter dann so 20 Sources von überall, dass es bewiesen ist. Und dass die schwarzen in Amerika richtig abfucken in jeder Form. Gibt einem schon zu denken, ne? What the fuck? Aber ich... Hört mich da. Ja, okay. Dance like Michael Jackson, sing like Freddie Mercury. Sing. Ja. Verkauft sich besser. Ja. Ach, da ist ja ne Kante. Wobei du kannst doch schon singen. Nein. Doch. Ich fand den Eddy Song schön zum Beispiel. Und äh, auch von Modern Talking das. War eigentlich gut getroffen. Und das war gut getroffen. Scheiße, ich bin da stehen geblieben. Fuck. Egal. Ähm, ja. Ja. Also, singen hier. 48%. Schon wieder 52% die dumm sind, ey. Lass mal mit den Leuten los. Ja, die sind Michael Jackson Fans, aber die denken nicht darüber nach, was es im Alltag bringt, wenn man geil tanzen kann, oder was man... Was bringt, wenn man geil tanzen kann. Auch Michael Jackson Fans. Ja. Egal. Eat only human remains for the rest of your life, starve to death. Hä? Ja, lieber Menschen. Ja, echt mal. Honeyballs zeigen. Hab den Film nie gesehen. Aber ist wirklich geil. Ich hab nur schweigende Lämmer gesehen. Own a horse in the city. Own a cat in the country. Horse. Katze. Ist mir mal scheiß egal, er verreckt die halt. Majestic ass fuck einfach mit nem horse und so nem weißen Pferd durch die... durch die... durch die... durch die... urban streets walken. Keiner hat weiß gesagt. Krieg's mal testlichstvermesslich. So. Take him down. Mir egal, verreckt die halt. What? What? You... You're playing connect 4 against an emotionally unstable man with an explosive temper. Would you rather take him down? Let him win. Take him down, alter. Bin doch nicht blöd. Ja, da steht doch nicht wieder erstmal, ja. Das wird von nem Behindie fertig gemacht, ja. Wir sind Deutsche, wir mögen keine Behindie. Was soll das denn jetzt wieder? Niesmal trifft das wenigstens, aber bringt mir auch nix, ey. Wieso hast du das nicht links gemacht, dass ich ins Wasserfalle und zu den Minen? Oh ja! Warum hältst du nicht mal die Schnurzen? So. Take him down. Sagen 47% der Menschen. Wieso sind wir immer auf der... Seite der wenigen... Wir sind die wahren Hipster. Dass wir keiner von... würde sagen, ja, ich bin so Hipster drauf, aber eigentlich sind wir die wahren Hipster. Das zeichnet doch ein Hipster aus, irgendwoher sagt, dass er selber keiner ist. Wir kommen beim Hipster-Cast. Be required to perform two years of mandatory military service when you turn 18. Have a draft enforced during wartime. Ja, versteh ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie zwei Jahre im Militär oder im Krieg, irgendwas. Was? Ich versuch dann nur der Text zu kommen. Ey, ich hab grad die Frage nochmal gelesen. Egal. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. What? Steht das mit Gate Parry? Oh, du machst die Ficke im Gale. Ich meine Ficke im Gale. Du willst das eigentlich gar nicht. Weiß nicht. Ja, das da, mit dem Jungen. Das war ganz lustig. Ja. Das hab ich nicht gewollt. Nein. Nein. Okay, äh, ja, ich würd, also ich persönlich würd in den Krieg gehen. Hängt davon ab für welches Land zwar, aber... Für Afghanistan. Nein, dann nicht. Nur 30% sagen Krieg. Wenn du in nem schlimmen Stadtteil wärst. Ja. 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 Du kannst mal sehen, ne? Ja. Ganz klar Supersaukas. Dann Säure da rein. Die aber nicht durch die Supersaukas brennen, sondern ruhig Menschen. Das ist die sogenannte Supersauce. Ja. Be a ghost oder be a demon. Ähm, ghosts sind invisible und shit. Insofern ghosts und dann mit einer Sorker. Ja, aber hängt das... Dämonen haben tausend verschiedene Arten. Ja, Geister auch. Geister auch. Ja. Und die können auch so... Das ist so ne undifferenzierte Scheißfrage. Ja. Aber prinzipiell ghost wird das eher Richtung unsichtbar sein gehen. Mal gucken, mal gucken ob das klappt. Hast du Hollow Man mal gesehen? Nein. Der ist cool. Okay. Äh... Ich wär trotzdem für demon, weil die können glaub ich mehr machen so. Also mehr geilen Scheiß. Kann auch mal back to hell und so. Du bist in der Hölle, Alter. Du warst am KVGG. Would you rather be stranded alone? I stranded with thumb... With thumb... With thumb... Also mit jemandem, den du hast. Ähm... Wer wohnt stranded? Ja, echt mal. Das ist für ne Scheißfrage. Eine einsame Insel, wo keiner merkt, wenn ich den qualvoll töte dann... Ja, ne? Ganz offen. Ja. Was soll das? Keine Ahnung. Jemanden, den ich hasse, ist doch egal. So viele Inseln, die... Denk mal, du wärst jetzt mit unserem aller... Aller Lieblingsmenschen. Der dich dauerhaft nur anpisst. Nervt. Auf jede Art. Gestrandet. Auf... nem richtig geilen Ferienressorthotel. Und du gehst immer überall mit dem hin und der repräsentiert dich. Du wärst so mega kacke. Repräsentierend mich? Ja, weil du... Der Typ bist der immer mit der anderen Person umhängt. Und darum macht die mal was mit dir. Darum helden dich alle, weil die den helden. So kann ich ja voller geile in die Däwischen Insel geschehen jetzt, ne? Was mach ich jetzt? Da, da, safe. Ja, okay. Okay, ähm... Oh nein, jetzt hab ich aus Versehen schon draufgeklickt. Be part of a real Jurassic Park scenario. Be part of a real day after tomorrow. Scenario. Jurassic Park, Junge. Dinos ausentscheid. Geiler Scheiß. Und auch vom Sterben werde ich lieber von nem Dino gesnackt, als dass ich langsam durch Kälte grippiere. Und erfriere. Wie lame ist das? Da gab's klar die Dinos. Wer hat denn da geschossen? Ach, da unten ist auch noch einer, stimmt. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Du auch die Dinos? Have to sleep three hours every day, have to sleep fifteen hours every day. Wenn ne anerkannte... Wenn ne anerkannte Krankheit ist, dass ich 15 Stunden schlafen muss, dann... ...herhier. Wenn ich nur drei Stunden schlafen muss? Das war ja... hä? Was ist das für ne Wichse halt? Entweder meint der irgendwas anderes der Frage stelle, als ich grad vor mir... vor meinem... ...gastigen Auge hab... ...oder... der ist einfach behindert, weil... ich mein, du musst weniger schlafen... ...du kannst aber ja trotzdem noch lange schlafen, steht ja nicht, dass es verboten ist. Weil doch have to sleep. Hm. Ja... Ich bin immer noch für 15 Stunden. Ne, ich bin für drei und mehr machen. Wenn der Arzt sagt, du musst 15 Stunden schlafen, dann schlafe ich 15 Stunden. Ja, weil auch jetzt schon so viel aus deinem Tag muss. Ja, aber egal. Dann könnt' ich richtig durchstarten, weißt, dann könnt' ich noch mehr... ...ähm, nichts tun. Have no hands? Have a naked fat guy stalking you at all times. Ähm... Das sind die Fragen, auf die ich aus bin. Also wenn ich jetzt gerade denke, wie... Ich denk' man gewöhnt sich dran, weißt du, man gewöhnt sich an alles. Aber a hand ist auf Dauer doch unpraktischer. Weil wenn du nur stalk und sonst nix machst, dann ist das zwar unangenehm. Aber... ...du gewöhnt sich dran. Also wenn der wirklich nix macht und einfach nur irgendwo hockt, das ist doch... ...einfalls lustig. Ich würd dir den fetten nackten Mann nehmen. Weiß ich nicht, wenn der immer da ist. Ja, aber irgendwann stirbt der doch. Ja, guck dir dir beim Wichsen zu und bei allen Sachen, die du machst. Ja, kein hand ist auch schon. Ja, ist viel schlimmer. Ja, wahrscheinlich schon. So, nächste. Always be overdressed, always be underdressed. Ja. Overdressed. Bitch. Äh. Ja, overdressed. Nee, underdressed. Ich zieh gern ein T-Shirt an. Ja, ich auch. Aber du gewöhnt sich auch daran immer Anzüge und so zu tragen und... ...ja, du... Ja. 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 Ich als Einzelkind kann sagen. Ja. Ich kann sterben. Diese Frage soll meine Schwester beantworten. Und alle, die den Witz gut fanden. Daumen nach oben. Nee, ich bin... Ach, scheiße. Ich bin viel zu... Ich bin viel zu selbstverliebt und viel zu egoistisch, um das mögliche Potential an anderen Menschen zu sagen, yo, nimm mein Leben und mach weiter. Also wenn ich 80 bin, nur so. Und klar. Meinetwegen. Aber nicht jetzt. Ich bin ja ein junger, aufstrebender Stern am Let's Player und äh... Moderatoren-Himmel. Ich dachte, du bist da zocker. Ja, auch. Bist du denn jetzt nicht? Ich, äh... Ich... Oh! Oh, man! Oh, man! Wieso hat der denn jetzt... What the fuck? Egal, Proof ist jetzt dran und der macht die alle weg. Big Swag. Proof ist tot. Ja, ist der auch. Ja. Ist natürlich... Ja. Dumm, ne? Ziemlich kacke jetzt, dass das so ist, aber... Komm, MLG-Schuss, MLG-Schuss! Mach jetzt einen MLG-Schuss, sag ich mal. Glaubst nicht. Oh, for fuck's sake. Ja, aber wie... So ein Cheater. Dass der bei dir landet, ist immer noch schwer. Nein! Doch! Wenn der irgendwo da landet, bin ich im Arsch. Ja, noch höher. Höher, höher. Tiefer, höher, höher. Tiefer, höher, höher. Das war der Plan. Und tschüss. Und Mine, yeah! Oh, das sind noch zwei Minen. Wow. Ja. Yay! Yay! Wir werden nicht erfahren, wie viel Schaden er bekommen hat, wir jetzt bekommen. Oh, ich war. Tod ist Tod. Ah, okay. Äh, ja, Leben natürlich. 27%, ja, alles, alles Idioten, ne, ja, 73% Idioten. 4 4 bei einer oder so die jünger Albin ich mein ich kenne Jens wir können alle Jens ja sagen aber nur 35 Prozent keine Seele haben muss richtig schlimm sein Black Peanut Butter auf Hobo's Foots du hast 250 Dollars in das Stock Market mit dem Fuß oder 250 Dollar verlieren also die Frage ist würdest du für 250 Euro Peanut Butter von einem obdachlosen Fuß ablegen im Prinzip ja nein wenn die so richtig dick drauf ist und du den Fuß dann gar nicht berührst aber im Prinzip weil du verlierst ja 250 und Nils Logik wäre nämlich wo ich sage voll viele Namen wenn ein Satz anfängt mit Nils Logik wäre nämlich ne weil ich nochmal ganz klar ob wir den Satz dann wirklich ausformulieren ja aber weißt du was der immer sagt der sagt dann immer dass man das Geld dann auch verloren hat wenn man eine Wette nicht eingeht wie kann man das Geld verlieren was man nie hatte what the fuck ja das ist Philosophie in dem Moment in dem du die Wette äh nicht eingehst hast du das Universum aus der hast du die Möglichkeit gestrichen dass das Universum entsteht oder die Zukunft entsteht einfacher gefasst in der du so und so viel Wettgewinn kriegst hast du es aber nicht verloren hast du es verändert ja gut das ist jetzt Wortklauberei das kommt das gleiche hinaus Punkt Punkt Komma Strich fertig ist das Motiv genau und damit hätten wir auch schon die erste Folge von unserem tollen Podcast beendet die großen 5 gibt's nicht fickt euch alle ich bin Blockbuster Fan und ich bin Coco Loco tschüss